So, äh... Habien findet man ja eigentlich mehr auf Wüstenplaneten, oder? Ähm... Keine Ahnung. Was sagt... Also zumindest unter radioaktiver... Dschungelplaneten. Dschungel-Terrain. Radioactive Stars. Laut unserer gutsten... Er ist da. Ja. Hm, das Scannergebnis hier, das ist ja echt schön. Da waren wir doch. Du kannst ja echt sehen, was da alles ist. Und, äh... Ich glaube, ich will auf einen... Will ich auf einen verstrahlten Planeten? Da gibt es wahrscheinlich die beste Beute im Moment. Obwohl, wir können ja jetzt schon auch Eisplaneten... Ah, ah, ah. Ich war gerade auf einem Eisplaneten, ja. Hm. Forest, Savannah. Forest. Desert. Da bist du Dschungel. Oceania. Ich bin jetzt auf einem Dschungelplaneten, ja. Auf, ähm... Auf einem verstrahlten Gebiet. Temperate. Temperate. Du könntest, äh... Gerne zu mir reisen, Ocel. Toxic. Toxic, das ist doch was. Tut mir leid, Uga. Heute muss ich mal allein unterwegs sein. 100 Fuel. Ja, kann man machen. Ah, da ist sonst nichts dabei. Das ist halt blöd, wenn man da nochmal was anderes angucken will. Ach. Ach. Alien, Snowy, Luna, Baron. Toxic im Dschungel. Das sieht doch gut aus. Juhu, mein erster Warpsprung hier im LPT. Also mein erster eigener, ne. Ja, ich hab, äh, ein Pilzdorf gefunden. Super. Da war's wieder. Mein Lieblingsgeräusch von Ela. Au. 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 Noch lebendig? Ja, ja. Mehr oder weniger. China, wenn du am Wochenende Lust und Zeit hast, könnte man eine Runde overwatchen. Mal gucken, ich muss so ein bisschen die Bude auf Vorwand bringen für Montag. Okay, hier waren wir schon. Also wenn ich am Wochenende zu viel Zeit habe, dann versuche ich den Yolum mal bei Borderlands zu erwischen. Au, au. Welches? Eins oder Zwei? Ich glaube, er spielt den Ersten. Yolum spielt den ja. Den ersten Borderlands. Ach, ich bin schon da. Ich muss ja den Planeten noch ansteuern. Das wär mal, ja. Äh. Franz, das war keine Meisterleistung. Switch Sandstone Statue. Und Avian Sandstone. Oh, 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 oh. Toxic Planets. Redangerous. Ja, da fliegen wir mal hin, wenn man schon was da gibt. Genau, dann. Du. Hoffentlich finde ich vor Ort, was ich suche. Aufgestellt, dann können wir den auch shoppen. Es regnet nicht. Ist schon mal ein Vorteil. Ja, das kann nicht lang dauern. Ich kenne diese Planeten. Ach, das ist so ein Wasserplanet. Ja, super. Ja, toll. Nee, da muss ich zum anderen Willen gehen. Ach, wo dann immer nur grüne Pampe rumschwimmt, hä? Ja. Ach, das war eine Anomalie. Bring mir den Poison mit. Wie erkenne ich denn jetzt den Giftplaneten? Hat er etwa eine grüne Aura um sich herum? Warum sind die man... Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Das war aber nicht das, was ich wollte. Lass mich mal wieder rauszoomen hier. Lass mich mal wieder reinzoomen. Na, ich muss da erst hinfliegen, damit ich... Ja, 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 okay. Ich kenne das neue System halt noch nicht so wirklich. Fiery Star, Frozen Star. Okay, das ist nicht interessant. Fiery Star. Gentle. Ich bring mal eimerweise Healing Water mit. Das ist sehr gut. Nehmen wir ja da mit. Ich hab da gerade ein Nest gefunden. Ein Nest Healing Water. Das Lustige ist, wenn man es nicht komplett abbaut und wartet, dass es regnet, wird es mehr. Ja, das ist leider etwas trunk. Und da, irdisch, da kommt nicht. Forest Planet, wo ist denn der Toxische? Aber man könnte ja bei uns ein entsprechendes Becken aufbauen. Friendly Ship? Was fände ich? Ein Becken für Healing Water. Haben wir ja genug. Man kann nie genug haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 700... Mach den 10. Bagdad-Tank voll. Genau. Wir haben noch nicht einen einzigen Bagdad-Tank. Eine Zeit wird's. Ich bitte ja schon die ganze Zeit darum. Ich hab ja bei den Apex auch schon diese Frischhalteröhren gesehen, ne? So, dann geh ich mal... Ja, davon haben wir auch eine. Geh ich mal bei einem Friendly Ship an Bord. Wenn wir die da so gescannt haben, können wir die sogar bauen. Und ich klau ihnen dann Sachen. Ich hab hier was von einem Dschungelplaneten gelesen. Ja, also die Planeten, die ich suche, die verstecken sich vor mir auch noch so ein bisschen. Hoffentlich wollen die Leute an Bord etwas für unsere Sache spenden. Hier gibt's Frisch... Es ist ein Vogelfisch. Äh, Vogelfisch. Vogelschiff. Schiff. Fisch. Ja. Guten Tag. Aber nix zu scannen. Jungle, da ist er. Aber das sind seltene Sachen in dem Container. Ja, ja. Und, oh, mit Blitz und Sonne. Ich hab ihnen Sprit geklaut. Nein, für unsere himmlische Mission entliegen. Hm, okay. Und er mit seiner Brille hat's nicht bemerkt. Das ist aber nur Flüssig-Sprit. Ja, aber kostenlos, ne? Flüssig ist doch auch in Ordnung. Hallo Leute, wie geht's euch? Was macht ihr denn? Ja, ist mir egal, was euch in den Sternen erwartet. Ich geh dann mal wieder. Das war's schon. Danke. Oh, ich hab ein Alien-Tempel gefunden. Wer will kommen? Ja. Gleich unterwegs. Ich schau mal, dass ich den Eingang finde. Krabbi. Auch gefunden. Alles klar. Ich warte hier mal. Es ist schön, dass Uga sich in Geduld üben kann. Erst mal was essen. Oh, ich hab noch einen Kiwisamen gefunden. Ich hab sechs Wien. Ja, Kiwisamen ist sehr gut, sehr wichtig. Davon haben wir erst einen. Der Bullshit. Ah, so schwanzlos schon hier. Was hast du da für eine Truthahn-Kanone? Willst du wissen, was die macht? Ja. Ach. Der Tentakel version 2.0. Pott, 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 pott. Da sind sie. Ey, bleib halt hier. Warte noch auf den letzten. Hat er gesagt, dass er kommen will? Ja. Okay. Ich komm nicht hin, weil mich hier einer festhält. Dankeschön. Auf zum Aufseher. Aufseher, Uga Bugga. Ah, das war nicht Chena. Na, ich bin's ausnahmsweise mal nicht. Sagt er zu mir, ich soll nicht reingehen, aber die Wächter sind schon getötet, oder? Nein, ich hab noch nichts getötet. Au. Au. Warum werde mir ich angeschossen? Weil du da bist? Lux Schaar. Echt jetzt? Was? Wer heißt Lux Schaar? Oh. Jetzt. Oh. Scan-Ergebnisse, Scan-Ergebnisse, überall Scan-Ergebnisse. Ja, jetzt zieht er hier erst seinen Leder-Stringen dann so nah ran, ne? Und dann schießt er. Uh. Ah. Moment, dafür könnte doch die, genau, die Sturz-Rakete gut sein. Hm, 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 hm. Immer schön alles scannen, auch die Masken an der Wand. Und die Zelda-Statuen. Äh, ne. Wir haben einen Besuch von oben. Was? Besuch von oben? Den finde ich jetzt gerade ungünstig. Hol ihn mal schnell wieder runter. Von seinem Höhenflug. Denn wer hochfliegt, kann tief fallen. Mhm. Cool, das Ding hat eben nur einen Schlag ausgehalten. Tja. Oh, hier oben ist noch ein Sarg, den man scannen kann. Also ein grün hervorgehobener, ne? Ja, auf der rechten Seite ist auch einiges. Da oben ist noch einer. Oh. Ja. Uch, Uch, Gah. Uch, Gah. Hur. Ach, die sind so niedlich. Ich trau mich kaum auf die zu schießen. Und dann kommt Uchga. Deswegen haben wir ihn dabei. Er traut sich auf alles zu schießen. Wie wir eben synchron ausgesprungen wichen sind, ne? Nein. Müssen wir her, sonst wäre immer draufgegangen. Oh, ein Hase. Aber du kannst hier oben schmarrn, wenn du unverteckst. Oh, hier ist noch was Grünes. Ah, ja, in der Tat. Also mein Inventar ist aber voll. Mal gucken, was kann ich wegmachen. Was wohl, das nehm ich. War was Gutes drin? Ich hab mir jetzt Flügel geholt. Ah. Ja, meine Backpack-Flügel. Ist dir auch schon aufgefallen, was ich Neues hab? Moment, warte. Ich seh's nicht wegen der großen Waffe. Das ist schon nicht von der Waffe verdeckt. Du meinst hier den grünen Schwanz. Ja, ich hab jetzt ne grüne Schwanzflosse. Eigentlich sind's Vogelfedern, aber das interessiert ja nicht beim Rollenspiel. Was machst du denn? Das ist ungesund. Mhm, ich merk's gerade. Bleib mal kurz da stehen. Oder bau die Dinger da unten wieder ab. Bin schon dabei. Eigentlich bin ich nur deswegen hergekommen, weil ich dich retten wollte. Ihr drei armen, verlorenen Seelen, ihr braucht Rettung. Ganz dringend. Das klingt ungesund. So. Danke. Bitte. Na, jetzt sind sie wieder froh, dass sie den Fisch dabei haben. Den Fisch mit seinem Reis da so schön verstopft. Denn merke, Reis stopft, aber danach fühlst du dich befreit. Ich hätt' gedacht, da geht's noch unten. Noch mehr Kreissägen. Hallo. Jetzt baut er alles ab, damit wir's ja nicht mehr scannen können. Du, ich nehm's auch mit zum Scannen. Ja, aber hättest du's stehen lassen, hätten wir scannen können. Direkt. Haben wir schon? Ja, du, ich hab hier noch so einiges anderes. Aber das meiste werdet ihr schon haben. Ich bin schon fertig mit Scannen. Also eben diese große Statue, die hatte ich noch nicht. Aber die hab ich noch schnell erwischt, bevor sie weg war. Welche? Und da unten liegt auch noch eine, die der Schena da liegen gelassen hat. Weil ich's noch nicht eingesammelt habe. Ihr, äh... War das die? Welche große Statue? Ach, der Gomm. Ah ja, genau. Die musst du noch scannen, Uka, bestimmt. Den Gomm? Oder was? Nein, die Statue. Wo ist die große Statue? Links, 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 links. Ach, da unten. Ja, die ist sogar grün, ne? Ja. Wie weit bin ich denn? Hab ich denn jetzt genug gescannt? Und fast fertig mit Scannen, aber halt noch nicht ganz. Ich würde ja wecken, dass diese freche Freelance uns jetzt etwas vorenthalten hat. Ne, ich hab auch noch nicht alles. Hopp. Ich nehm die Pixeln aus den Särgen mit. Wie kann euch noch was fehlen? Ist das jetzt eigentlich eine verwerfliche Tat? Aber laut Fable ist ja Grabblündern auch total in Ordnung. Ich glaube, diesen Fable möchte ich nicht kennenlernen. Hier hinten ist leider nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt auch ein Peter-Molignieu-Kommentar kommt. Lass das doch. Ja, ja, ich arbeite dran. Lass mich in Ruhe. Ich sehe zwar nicht, wo ich hinschieße, aber ich treffe es. Also, ich treffe irgendwas. Zum Glück haben meine Raketen eine Freund-Feind-Erkennung. Oh, schade. Ich hätte es jetzt festhalten können. A body deserves better. Also, ich finde einen riesigen Steinsarg in der großen Gruft, finde ich eigentlich, das ist schon sehr ehrenvoll. Aber der Franz findet das anders. Man nimmt sowieso nichts mit ins Jenseits, sagte Papa. Düt, düt. Düt, düt. Jetzt haben wir leider nicht so viel gefunden, damit das für die Quest reicht. Warum reicht das für die Quest nicht bei euch? Ich bin fertig. Ja, das dachte ich mir. Dann stell mal auf den Kram. Ich habe schon alles aufgestellt. Ich habe nichts Neues mehr. Was? Und warum bist du dann schon fertig? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich in unserer Basis irgendwas gescannt, was ihr noch nicht habt. Vertrauen wir diesem Wort? Irgendwie zweifle ich am Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Ich gehe immer wieder durch die Basis und suche nach Sachen zum Scannen. So macht sich Freelance also einen romantischen Abend. Sachen scannen. Mhm. Dann werden wir das gleich auch mal tun. Aber wir finden nichts. Dann kommen wir zurück und rupfen dir deine Fäder. Du bist kein Avian. Wir drehen dir dein Gewinde falsch rum. Da ist nichts mehr zum Drehen. Hast du es abgebrochen, ne? Alles hoffnungslos verloren. Freelance wurde gejailbraked. Oga ist eindeutig schneller als ich. Ich sollte aufrüsten. Ja, du hast halt den Turbo-Boost, ne? Den müsste ich mir auch mal holen. So, hier. Das war der Haupteingang. Da geht es dann auch wieder raus. Da fällt mir auch auf, ich habe vorhin das Quest nicht fertig gemacht. Auf dem Heimatplaneten. Sollte man auch tun. Ups. Jetzt hätte ich fast den Schnabel von der Höhle abgeschossen. Vielleicht gibt es ja noch was. Einen zweiten Ding zum Scannen. Genau, einen zweiten Ding. So, hallo Leute. Wo ist denn Hina oder wie sie heißt? Das klingt japanesisch. Tokioterisch. Rewardback. Und wetten, was kriege ich? Bestimmt irgendeine Rotze. Iron-Oar, 16 Stück. Naja, am Anfang wäre das ganz okay gewesen, ne? Hast zumindest das Gleiche bekommen wie ich. Äh. Was? Rewardback von was? Ja, wir machen hin und wieder die Quests für die... Leute. Wir wollen ja im Endeffekt zwei Leute haben. Und dann kriegt man halt für... Upgrade-Modul... Acht Sandsteine finden. Im Endeffekt für lau. Acht Sandsteine haben wir mit Sicherheit irgendwo rumfliegen. Davon kannst du ausgehen. Sandstone, Lucille, Lucille, Sandstone. Ja, komm, ich brauch nur... Ach, jetzt bin ich hier wieder nie raus, ey. Ja, willkommen in meinem Zimmer. Einmal rein, nie wieder raus. Treib auch mal die Miete ein, einfach so, weil ich's kann. Zehn Jagdspere. Ja, wir müssen einfach auf einer gefährlicheren Welt was anbauen. Auf eine was? Jetzt warst du schon wieder abgehackt. Wir müssen auf einer gefährlicheren Welt Mietwohnungen bauen. Da sind die Leute umso dankbarer über die Zuflucht und zahlen auch gerne etwas mehr dafür. Mach acht Sandstone-Bricks, also... Wo gehen die Craften? Da muss ich an den Inventors-Table oder was? Nee, an den... Scheiße, was sieht denn der Table jetzt aus? Sandstone-Bricks sollten wir eigentlich auch genug haben. Ja, die dumme Nuss will halt, dass ich's verarbeite. Jetzt fäng ich auch schon an mit der dummen Nuss, ne? So, Sandstone-Bricks, mach mal. Return to Malikua. Oh, da sind 160 rausgekommen. Aus acht Sandstone-Teilen im Rotzustand waren 160 Sandstone-Bricks, was? Echt jetzt? Äh, anscheinend. Okay, und jetzt zurück. Ja, ja. Wieder in den Minenschacht. In welchem Minenschacht? Ins Bergwerk. Auf unserem Heimatplaneten. Und was hast du für tolle Miete? 150 Pixel, na ja. Ist doch besser als Wurfspere. Ey, das ist meine Haupteinnahmequelle an Pixeln, ja? Die Wurfspere? Oder die Mieten? Die Mieten, egal was welche Art. Lalalala, wir warten auf die Heilung, aber das Bett heilt so langsam. Das ist aber nicht Kawa-II. Dafür ist das Bett bequem und ein guter Schlaf beruhigt den Geist. Jetzt mal gucken, ob ich hier noch was avianmäßiges scannen kann. Warum reicht es einfach nicht, das Hühnchen zu scannen? Davon haben wir genug hier rumrennen. Jetzt kommt der Vogel. Das ist rassistisch. Chirp. Chirp, chirp, chirp. Hast du zu Hause was zu scannen gefunden? Ich guck grad. Oh, da sind schon ein paar Exponate ausgestellt. Wow. Wenn Freelance sonst nichts macht, aber da ist sie schnell. Also ich hab was gefunden, aber nix für die Mission, glaub ich. Gesundheit. Beim Fernseher oben bei der Transportkiste hab ich was gefunden. Gut versteckt hinter den Viechern. Gut versteckt hinter den Viechern. Vielleicht habt ihr das noch nicht. Sollte sich dort tatsächlich noch irgendwas verbergen? Also für mich war da zumindest was. Ach, dieses grüne Teil, das ich da mal abgebaut hab. Also dieser Wand-Dingsbums. Das ist ein grünes Ding. Also das kann man eindeutig noch scannen, solche. Bist du dann fertig? Ich schau grad mal. Ja. Yay, zum Glück hab ich vorausschauend gedacht. Tatsächlich. Huh, das war jetzt knapp. Das waren jetzt acht Viecher. Oh, meine Leistung fällt grad wieder ab. Hoffentlich wird das mit der neuen Festplatte ein bisschen besser, aber wer weiß das schon. Jetzt kann ich auch mal die Mech-Platten und so weiter wieder ablegen. Jawoll. Tatsächlich. Enter the Easter. Enter the Easter. Was? Ab zur Easter? Bist du sicher? Was? Wo habt ihr das jetzt gehabt? Äh, ganz hinten in diesem Treppenhaus von der alten Bude. Da oben neben dem Lichtbümpel. Da stehen meist da stehen ein paar Viecher davor. Das ist so ein Wandding. Ja, ja, ja. Danke. Was für eine Rasse bist du? Was? Wer? In der Bibliothek ist was gespuckt. Könnten Avian sein? Ich weiß es nicht. In der Bibliothek? Moment. Sieht sehr seltsam aus. Ich schau gleich nach. Vielleicht kann ich es ja erkennen. Jetzt bin ich mal gespannt, was sein seltsam für einer ist. Für eine, eine. Mission of Paint. Das da? Das ist geistig verwirrt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein Mensch mit Monocle und Schnabel. Also, ja. Eigentümlich exaktiv. Und wie findest du Bibliothek und Co.? Ja. Kommen gleich mal zu Hause. Also, wir brauchen definitiv noch mehr Exponate zum Ausstellen. Ja, und definitiv noch ein paar Bücherregale, in die auch wirklich was reingeht. Ja, von der Größe ist halt das Problem. Wir können auch noch nach rechts ausweiten, so ist es nicht. Aber erst mal musste das reichen. Schade, dass hier bei so einer sehr popularisierten Gegend, also bei so einer sehr bevölkerten Gegend, arg, dass da immer noch die Leistung ein bisschen abfällt. Jetzt sagt ihr gleich wieder bei euch nicht, bin ich mal wieder die einzige Krücke oder was? Ich würde das nie sagen. Ja, also hier habe ich nur 40 FPS. Ich meine, das ist auch okay, es ist mehr als 30, aber ja. Ey, das sind noch so viele Sachen, die ich da eben noch aus dem Avian-Zeug rausgute, was man schön ausstellen könnte. Aber, äh, da, da, kein Platz. Warum schlägt der Affe mir zum Spaß einfach mal mit der flachen Seite des Schwertes auf den Kopf? Ich verstehe ihn nicht. Entweder hat da was gerattet oder geknarzt. Mein Stuhl war es diesmal nicht, weil ich habe es selbst gehört. Ah, wer baut denn denn so? Alles okay, alles okay, ich habe nichts gesagt. Oh. Da war Glotzilla unterwegs. Glotzilla? Glotzilla. Der hat doch wieder seine Pestmaske auf. Nein, das andere. Also, es war so ein, so ein Viech mit ausgefahrenen Augen, so ein großes, das Jöllum mal über die Farm gejagt hat. Du musstest nur husten, ne? Das war kein, äh, gessiges Lachen. Was? Es war, äh, was? Ich huste immer nur. Hat ja recht, es war lustig, einen verfolgten Floraner zu sehen. So. Ah, da ist schon wieder das Klotzviech. Und der gute alte Klieb. Ah, wir bräuchten vielleicht einen Teleporter in die Mine. Dann würde das mit den Quests hier schneller gehen. Auf der anderen Seite, äh, vielleicht sollten wir halt wirklich, äh, sowas, also wirklich Geld reinstecken, dann erst auf den Planeten, wo wir auch bessere Belohnungen kriegen. Um die Belohnung geht's mir gar nicht, ich geb mir um die Crewmitglieder. Ja, das auch. Ja, stimmt. Hm, 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 hm. Hallo, ich bin das Gewissen von Franz. Ich komm jetzt öfter. Ich werde immer wieder seine Gedanken zum Besten bringen oder auch mal für ihn in Gedanken aussprechen, was er sich nicht zu sagen traut. Außerdem werde ich alte Erinnerungen aus Franzens Kindheit zutage fördern, die ihm als moralischer Wegweiser gelten sollen. Und wie kam's dazu? Ja, Oselpie hat sich gedacht, hm, er will den Franz ein bisschen weiter ausarbeiten. Und die Idee ist einfach naheliegend, dass er so ein kleines Gewissen hat, dass ihm immer mal wieder so in den Hinterkopf flüstert, hey, jetzt mach mal langsam, jetzt sei friedlich. Denn Franz soll ja eigentlich so ein bisschen der ruhende Pol der Gruppe werden. Ob das gelingt? Naja, das wird man sehen. Denn im LPT passieren so viele spontane Sachen, naja, dass es vielleicht mal ein bisschen untergeht. Aber ich versuche da einfach eine ausgewogene Balance zu finden. Zur Folge an sich, ich bin zufrieden. Wir haben die Scannergebnisse für Esther aufgetrieben und könnten damit dann theoretisch bald zum Boss gehen, aber da lasse ich mir gern noch Zeit. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und sag mal bis bald.